Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Hitman 2. Lange ist es her, dass etwas auf diesem Kanal kam, aber jetzt geht es wieder los oder weiter oder wie auch immer. Und wir spielen natürlich Hitman 2. Ich hab da mega Bock drauf und ja, ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Ich glaube, viel gibt es erstmal nicht zu sagen. Wir starten mit der Mission Nächtlicher Besuch. So, Einsatzziele. Durchsuchen Sie das Haus nach Hinweisen auf den Schattenklienten. Bitte? Achso, nach Hinweisen auf den Schattenklienten. Okay. So, Planung. Was haben wir dabei? Wir haben eine Waffe. Könnten wir die wechseln? Ja, könnten wir, aber ich glaube, das möchte ich gar nicht. Kampfschwimmer. Nicht schlecht. Das finde ich auch cool. Aber ich glaube, ich belasse es dann mal beim Standard. Klavierseite, drei Münzen. Das sieht doch ganz gut aus. So, Schwierigkeit, Profi, Einsteiger. Also, Einsteiger muss ja nicht sein. Meister muss auch nicht unbedingt sein. Ich würde sagen, Profi ist in Ordnung. Und ja, los geht's mit Hitman 2. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wünsche euch ganz schön viel Spaß. Die Wahrheit ist von 47'er Vergangenheit. Sie wissen nicht, dass der Mann, den sie schrauben, ist 47'er Kind. Und wie 47'er, er erinnert alles. Oh, wie nice! Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mit der Story mit diesem Freund aus Kindertagen hört sich ja auch erst mal ganz interessant an. So, ich muss mich aber noch mal eben kurz mit der Steuerung vertraut machen, bevor es hier richtig losgeht. Okay, ganz so viele Möglichkeiten habe ich gerade noch nicht. Das ist mein Instinkt oder so? Ich weiß es nicht. Okay. Okay. Ah, okay, also niemanden umbringen. Okay, erst mal ein paar Informationen besorgen. So, durchsuchen Sie das Haus nach Infos über den Schattenkirchen. A, Rennen mit RB, war das schon immer so? Naja, okay, warum nicht, ne? So, Instinkt ist RB, ist auch soweit klar. Achso, es wird gespeichert. Gebiet entdeckt. Bootshaus oder so. Was haben wir denn hier? Was können wir da machen? Nehmen. Einen Schraubendreher. Ja, klar. Warum nicht? Ich konnte den doch immer... Wie konnte ich den denn wegstecken? Objekt ablegen. Tödlicher Wurf. Ach, wisst ihr was? Ich nehme meine... Moment. Moment. Ich wollte gerade sagen, ich nehme meine geliebte Klavierseite. Ich meine, damit mache ich doch sowieso immer alles. Aber, wie wähle ich das denn jetzt aus? Ah, okay, so habe ich die Klavierseite und die dürfte ja auch zu sehen sein. Was mache ich mir da überhaupt Gedanken? Ich muss doch sowieso erstmal nur Informationen sammeln. So, Schleichen drücken Sie R. Alles klar. Gut. Hier ist ja erstmal noch niemand, so wie es aussieht. Was für ein geiles Haus, ne? Aber schon ein wenig verlassen, würde ich mal sagen. Sieht auch gerade so aus, als wäre da niemand, oder? Licht ist an, aber ich kann gerade noch niemanden entdecken. Ich glaube, ich renne mal. 17 Meter. Rüsten Sie die Pistole aus. Ja, aber warum denn? Na ja, gut. Machen wir einfach mal. So, zerstören Sie... Oh, Moment. Wo ist denn hier eine Kamera? Oh! Nein! Nein! Ja, natürlich. Ich stehe genau... Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Gerade hier im ersten... ersten Level? Kamera zerstört. Ja, toll. An der Grundstücksgrenze. Ach, da hinten. Was für ein geiles Haus, bitte. Das hätte ich auch ganz gerne. Ach, das ist nur das Windspiel, okay. Oh, Moment. Konnte ich nicht. Ach ne, das habe ich jetzt ein bisschen von Tomb Raider drin. Diese Zoomen mit... mit R. So, das hätten wir. Haben wir denn noch eine? Also, ich gehe davon aus, dass dann das ganze Haus irgendwie hier... voll mit Kameras ist. Boah, stellt euch mal vor, ihr habt so einen Pool, ey. Ist das schon... Ist schon nice. Kann ich die von hier... Ob ich die von hier treffe? Das ist fraglich, ne? Na, lieber nicht. Komm, wir gehen noch mal ein bisschen näher. Wie kann ich denn nachladen? Ach so, okay. Gut, gut. Ach, das wäre doch vielleicht auch unsere Möglichkeit reinzukommen, oder? Über diese Tonne da. Ach ne, doch nicht. Ich hatte jetzt gedacht, dass hier vielleicht Fenster sind. Betreten muss ich gerade nicht. Da kommen wir rein. Was haben wir denn hier noch schönes? Noch mehr Kameras? Also, ich möchte natürlich so viele wie möglich zerstören. Falls ich hier später mal rausrennen muss, oder so. Dann wäre das ja nicht so cool. Wobei, die eine hat mich jetzt eh schon gefilmt, ne? Ist der Drops dann nicht schon gelutscht? So, Dietrich! Ach so, fehlt! Ach so! Ach, der fehlt! Ist natürlich doof, ne? Wo sollen wir hier einen Dietrich finden? Ja, ja, überwinden! Ja, super! Dann stehe ich hier. Oh! Oh! Moment! Moment, da ist einer. Kann ich ja auch hier irgendwie in Deckung gehen? Ich weiß das schon gar nicht mehr, Leute. Das ist ja schon ein bisschen her. Wimpt die mich jetzt? Ih, hat sogar funktioniert! Sehr schön! Kann ich hier einfach mal so das Tor öffnen? Es fehlt der Dietrich! Ach man! Warum hab ich denn keinen? Verteilerkasten kurz schließen. Ja, okay. Aber kann ich das jetzt einfach so öffnen? Ah jo! Oh! Oh hey, wer seid ihr denn? Okay. Okay. Ich werd hier auch erstmal alles irgendwie mitnehmen. Hallo, kann ich die nicht öffnen? Warum geht denn das nicht? Na egal. Ja, also ich werd hier auch alles irgendwie erstmal mitnehmen und mich umschauen. Schraubenschlüssel. Wollen wir den auch mal einpacken? Achso, ne Quatsch. Ist nur verstecken. Alles klar. Brauchen wir gerade nicht. Und wenn ihr schon mal Hitman Let's Plays bei mir gesehen habt. Ihr wisst ja, wie ich das immer so mache. Also ich schau mich schon immer ein bisschen um. Um irgendwie einen möglichst coolen und lautlosen Weg zu finden. Allerdings werde ich jetzt auch nicht stundenlang rumschleichen. Ich kann die auch von innen nur mit einem Dietrich öffnen. Na ja, gut. Also ja, ich guck schon nach irgendwelchen coolen Methoden. Und abgelaufene Spaghetti Dosen kann man immer gebrauchen. Aber ja, ich renne halt nicht stundenlang rum, um die eine beste Möglichkeit zu finden. Zumal das sowieso teilweise schwierig ist beim ersten Mal spielen. Honig vergiften. Achso, das könnten wir alles nur vergiften. Das ist schon nice hier, muss man ja mal sagen. Schicker Hut. Was quatscht sie? Was haben wir denn hier? Einsatzberichte der Miliz. Können wir uns das denn? Einsatzberichte zu allen größeren Milizangriffen seit der Entführung von Thomas Cross. Berlin, Shanghai. Der Mord an Rex Larsen, dem Speditionsmagnaten in Montreal, vor ein paar Tagen. Offenbar hatte bei allen Reynard die Finger im Spiel. Berlin, Shanghai. Alle größeren Milizangriffen seit dem Thomas Cross' Kidnapping. Sieht so aus, dass Reynard eine Hand in allen ihnen hat. Oh, das ist ein Schicksal. Klipp, 47. Ja, ich suche ja schon. So, ich könnte mir vorstellen, dass wir bestimmt irgendwie nach oben müssen. Da ist bestimmt ein Büro mit Schreibtisch und da liegen irgendwelche wichtigen Akten. Achso, da ist eine Glasscheibe vor. Ja, großartig. Sehr schön. Was haben wir da noch? Irgendwelche Werkzeuge? Stopp, was ist denn da? Ein Schraubendreher nehmen wir auch nochmal mit. Ich habe auch die ganze Zeit jetzt die Autobatterien in der Hand. Ist wahrscheinlich auch nicht so sinnvoll. Aber na gut, kannst rein. Hast du extra deinen Schwimmanzug an? Ach, meine Güte. Was für eine Glasscheibe. Also, oben gucken wir gleich. Ich schaue jetzt erstmal noch hier vorne. Was ist das? Jalousie. Wollen wir die schließen? Ist das gut, dass uns hier vielleicht keiner sieht von außen? Mit der Autobatterie. Komm, wir machen das einfach mal. Ach, sieh an. Hier hat noch jemand Klavier gespielt. Und eine Flasche Champagner getrunken. Wollen wir die auch zumachen? Ich weiß ja nicht, ob es sinnvoll ist, ob es gut ist oder nicht. Was ist denn hier? Schick. Ein Apfel. Oh, Telefon. Ist denn das Handy? Ist das... Äh, Kiora. Ah, Ari von Kiwi Repair hier. Ich weiß nicht, wann ihr Leute zurück in der Stadt sind. Aber, äh, gib mir einen Schau, so ich kann bei dir und, äh, fixe das Fesky-Bass-Room-Ventilationssystem für dich. Ich kann nicht das ganze Haus haben, mit einem Nähl-Polisch, kann ich? Okay. Okay, also wissen wir schon mal, irgendwas ist hier mit der Lüftung nicht ganz so richtig. Boah, was ist denn das hier für ein geiles Badezimmer? Ja. Es ist alles ein bisschen dunkel. Das finde ich jetzt nicht so geil. Überfluten, Waschbecken. Nee, muss nicht sein. Aber trotzdem... Wow. Die Dusche überdimensional. Aber gut. Also, das war's. So weit unten. Sie quatscht da immer noch. Hier geht's hoch. Ja, dann... Schauen wir doch einfach mal, was uns da erwartet. Ach, seht ihr, ich hab doch gesagt. Oben steht bestimmt ein Schreibtisch. Ja. Okay. Es ist übrigens alles blind. Also, ich hab weder eine Testaufnahme gemacht, noch sonst was. Ich wusste jetzt nicht, dass hier einer steht. Ich habe es mir nur gedacht. Hello, Alma? Encrypted. Hm. Assuming, dass es eine Schlüssel gibt, Reynard würde es nicht einfach liegen lassen. Das stimmt. Warte. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. Aha. Aha. Ach da. Na, sieh mal an. Oh. Ach, krass. Ach, krass. Komplette Waffenkammer hier. Was ist das? Beweise zerstören. Videoaufzeichnungen. Keine Ahnung. Oh. Ob das gut ist. Hier ist auf jeden Fall Dietrich. Den nehme ich mit. Und das ist Passwort. Dongle. Da habe ich noch nie gehört, das Wort. Bitte was? Mhm. Für den Office-Computer. Keine Ahnung. Okay. Können wir uns Waffen nehmen? Könnte ich sogar. Aber ich mache es lieber nicht. Ich meine, ich habe zur Not eine Pistole. Hm. Okay. Jetzt wollte ich noch mal eben gucken. Informationen einsehen. Ach so. Das ist jetzt das Whiteboard. Das ist das Passwort. Das sind die Mordopfer. Leichen wurden noch nicht identifiziert. Doch das männliche Opfer sieht nach einem gewissen Godfrey Newman sehr ähnlich. Ach so. Sieht ihm sehr ähnlich. Okay. Ähm. Das Newman und seine Frau sich mit dem Premierminister treffen wollten. Zufälligerweise gibt er gerade heute Abend eine Gartenparty. Ach so. Okay, okay. Da geht es noch weiter nach unten. Ich hoffe, wir können da gleich noch mal hin. Was schließe ich denn? Ach, die Tür. Ja, nee. Ich denke sowieso, das Ganze ist hier doch erst mal nur so ein bisschen Tutorial im Großen und Ganzen, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass der uns hier überrascht. Hurry. Ich spüre die Bewegung auf der Straße. Eine Motorcade. Possibly Reynards. Uploading die Daten. Hold on. Ich habe ihn jetzt. Hm. Nichts auf der Shadow-Client oder den anderen Cellen. Keine Namen. Keine Aliäser. Ich warte, dass sie sogar weiß, wer sie arbeitet. Wait, hier ist etwas. Ein Messer von Robert Knox, von Kronstadt Industries. Und bei dem Sound, er ist eine Providence-Operative. Ein Defektor. Ja, ja, ja. Der Klient wird nicht so ein bisschen. Und du kannst ihn nicht warten. Sie sind zurück. Multiple Hostiles. Ich sehe sie. Damn. Okay. Wir haben alles, was wir haben. Gehen zum 2. 47. Eliminieren Reynard. Und, vor allem, ohne Begründigung. Ein Schritt vor der Shadow-Client für einmal. Gehen zum 3. Wir halten uns das so. Oh. Ich dachte, diese Nacht würde nie enden. Was ein Knobfest. Und ich habe sogar auf der Aktion verloren. Oh. Ich bin sorry, dass du all diese freie Champagne und Cello-Musik hatten, Orson. Was kann ich sagen? Du hast wirklich einen für das Team genommen. Ich sage, steck an was du weißt. Okay. So viel zum Thema. Es ist ja nur Tutorial. Hier passiert noch gar nichts. Okay, okay. Ich muss mich auch ein bisschen mit der Karte vertraut machen. Dass ich das so mehr oder weniger checke. Also, ich muss jetzt noch bei ihm gucken. Sie ist die Alma, ne? Oh, oh. Da oben ist schon einer. Okay. Wie kann ich denn... Ah, okay. Alles klar. So. Lasst uns mal eben schauen. Autobatterie Dietrich. Abgelaufene Dose Spaghetti-Soße. Ja, gut. Waffe. Also, mein absoluter Favorit ist natürlich immer die Klavierseite. Das wisst ihr. Aber ich weiß auch, dass ihr das immer sehr unspektakulär findet. Ist es ja auch. Kann ich auch total nachvollziehen. Hm. Ich weiß noch gar nicht wohin. Ich glaube, ich verstecke mich hier erstmal. Jetzt liegt da natürlich die Autobatterie. Was nicht ganz so optimal ist. Kann ich irgendwie rausgucken? Das ging doch sonst auch immer. Wie ging das denn nochmal? Das ist auf jeden Fall mein Instinkt. Okay. Okay. Aha. Mist, ey. Hätte ich mich nochmal mehr im Haus umgesehen? Also, ich glaube, ich habe schon... Ah. Ich habe schon viel gesehen, aber halt noch nicht alles. Oh, feindliches... Feindliches Gebiet. Okay, okay. Feindliches Gebiet ist erstmal nicht schlimm. Wird nur schlimm, wenn mich hier jemand sieht. Feindliches Gebiet. Und es wäre natürlich auch cool, wenn ich so wenig Unschuldige, in Anführungsstrichen, erledige wie möglich, ne? Also... Okay. Okay. Ja, äh... Hallöchen. Du bist auf jeden Fall ein... Unschuldiger. Also, die Trulla ist unten. Die hängt da jetzt in der... Küche ab. Oder Wohnküche. Ich habe noch nicht zum Vergiften... Abgelaufene Spaghetti-Soße. Ja gut, nur weil die abgelaufen ist, ist die jetzt nicht sofort... Tödlich. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Da gehe ich lieber nicht durch. Stopp maWl. Was ist denn hier oben? Ratten gift. Ach, sieh an! Ist jetzt auch nicht super spektakulär. Aber man... Okay! Oh, wow, 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 nein. Oh, Woh, Woh, Woh! Geht's noch, Kumpel? Hallo? Ich hab Kapitulation vorgetäuscht, also Alter, Finne Sollte ich mich erst mal verstecken? Kommt da einer? Oh, der ist noch nicht Der ist noch gar nicht down. Steh mal bitte auf, mein Freund Hau den doch jetzt mal kaputt, bitte So, jetzt, hau den, hau den Ist der tot? Wir starten noch mal neu, oder? Also Ja, 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 was machst du da, Kollege? Töte Milch, komm jetzt Oh Mann, wie er zu Boden geht, der Arme So, äh, erneut spielen Laden, muss ich, ich muss nicht Alles nochmal von vorne, oder? Was, was ist Laden? Wann wurde gespeichert? Äh Da oben? Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Muss ich das alles nochmal machen? Okay Ja, ja, okay, Beweise zerstören Ich mach das jetzt einfach mal Ich hab's vorher nicht gemacht, keine Ahnung Ach, natürlich Der Beweis Ja, jetzt kaffe ich auch welche Beweise Ja, ja, klar, der Beweis, dass er hier im Haus rumgelaufen ist So, das guck ich mir auch nochmal kurz an Pack doch jetzt mal die blöde Batterie weg Komm, wir nehmen jetzt hier in die Träne Ah, hier kommen wir Okay Hier kommen wir da wieder hin Ja, das ging jetzt gerade echt so schnell, ich muss öfter auf die Karte gucken und das hier werde ich jetzt einfach mal gekonnt wegdrücken, sofern das möglich ist So, da sind wir also wieder Und ich glaube, das mit dem feindlichen Gebiet vorhin war doch gar nicht so doof Ich muss vielleicht nur ein bisschen schneller sein da unten Natürlich möchte ich jetzt auch sehr gerne das Oh Gott Das Rappengift haben Karte Ich darf die Karte nicht vergessen Boah Mann, sieht die anderen Gegner aber auch schlecht, oder? Das sind einfach nur, schaut mal Weiße Punkte auf hellgrauem Untergrund Ist das jetzt schon? Ne, ne, das ist da vorne, ne? So, da ist gerade noch keiner Rattengift Üben das mal bitte mit Und jetzt versuchen wir Irgendwie durch die Garage reinzukommen Ach, da steht einer Warum ist der nicht auf der Karte? Warum ist der nicht auf der Karte? Ich nehme jetzt erstmal die Klavierseite Bewegt der sich denn? Ach doch, der ist auf der Karte Ja, okay, hier rein Wäre natürlich super krass Ich weiß auch nicht, in welche Richtung die beiden schauen Also von daher Wisst ihr was? Ich erledige den jetzt Oder? Ich möchte halt gerne die Sicherheit haben Da ist einer Da steht sie Da ist der andere Ach, ich hätte wahrscheinlich die Autobatterie einfach einsetzen sollen, oder? Und ich habe auch jetzt im Bad noch nicht gesehen Wo da was mit der Lüftung ist Also ich denke ja Das war mehr oder weniger ein Hinweis Propangasflasche So, jetzt ist da nur noch ein Typ Lass uns mal gucken Da hinten Das ist natürlich ganz doof Gerade hier Ach, der ist weg Okay, der eine ist weg Ich weiß halt nicht, wie es mit dem hier vorne ist Kann ich nicht richtig in Deckung gehen? Ah, er bewegt sich Ach, der steht da unten, der andere Typ Ach, du Scheiße Okay, nein Definitiv nein So kann ich nichts machen Ich kann ihn nicht erledigen Er da hinten sieht das Nee, nee, das ist blöd Das ist... Oh, 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 oh Oh, 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 stopp Oh, ich stehe gerade ziemlich blöd, ne? Ich kann halt den Typen nicht töten Obwohl vielleicht doch Wie war das? Nicht so viel Unschuldiger? Ja, der sieht mich aber jetzt Ähm, ich hab doch... Warte mal, Apfel, Münze. Ich überlege gerade, wo ich den am besten hinlocke. Jetzt hat sie auch aufgehört zu telefonieren gleich. Ja, und er bewegt sich. Oh, doof. Doof, doof, doof. Aber so wissen wir wenigstens, was die jetzt machen. Die klatschen. Wie kann ich denn werfen, so. Ah, sie geht? Sie trinkt oder isst jetzt, ne? Alles klar. Shit. Nur mal... Alles, alles gut. Alles, alles... Shit. Ach, Mann. Ich mach's wie immer. Einmal durchrennen, mir das Ganze angucken. Gucken, was hier so Sache ist. Also, hier geht's nur wieder raus. Okay, da komm ich auch nur wieder raus. Kann ich mich noch verstecken? Hat das hier alles noch einen Sinn? Wahrscheinlich nicht, oder? Jagd. Ah, sie bewegt sich, aber das ist gut. Das ist schon mal gut. Jetzt steht sie da. Auch ganz alleine, oder? Aber ich würd sie halt super gerne vergiften. Finde ich jetzt cooler als mit der Klavierseite, ehrlich gesagt. Da kommt direkt der Nächste. Der andere geht außen rum. Der ist jetzt da hinten drin. Oh Gott. Komm bloß nicht hier. Komm bloß nicht hier hin. Ich konnte doch aber auch irgendwie in Deckung gehen. Schreist du mich an? Siehst du mich? Nein. Also, wisst ihr, was ich meine mit Deckung? An die Wand lehnen. Ach, ich hab ja auch Instinkt. Ah. Klar, warum nutze ich den nicht? Wo ist sie denn? Ist sie abgehauen? Ich dachte, sie steht hier vorne. Wo rennt der hin? Der bleibt da. Ist sie über mir? Sie ist über mir. Ja, ja. Ach. Leute. Ich bin wie immer überfordert. Ihr wisst ja, wie es ist. Später gibt sich das dann ein bisschen. Man muss ja erstmal so reinkommen, ein bisschen klarkommen hier. Ne, bleibt mal so. Und ich darf halt auch nicht vergessen, den Instinkt wirklich sinnvoll einzusetzen. Und auf die Karte gucken. Das ist bei mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich hätte ganz gerne, wo ist sie denn? Da, mal eben die Klavierseite, falls ich der Alten gleich über den Weg laufe und mir einfach denke, ja, komm. Mach's dir mal. Ah. Ach, sieh an. Hört sie sich verkrümelt mit ihrem, wie hieß er noch? Osmo? Orso? Ich weiß es nicht. Ist natürlich jetzt blöd hier von hinten, oder? Oh, 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 oh. Hi, 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 hi. Ich renne einfach. Ich geh zurück in meine, meine geliebte Kiste hier vorne. Rennt er mir überhaupt hinterher? Also, ganz ehrlich, warum hat man die Punkte denn weiß gemacht? Rot oder blau, das hätte ich jetzt noch verstanden. Irgendwas, was man besser sieht. Also, der steht vor der Garage. Ich kann doch wieder raus. Hier ist doch gar keiner. Ja, aber ich kriege die Alte da doch niemals jetzt wieder raus, wenn die da in Deckung ist. Ich bin auch an der Location, mein... Ich gebe dir Off-Limits. Ich gebe dir hier Off-Limits. Bist du tot? Genick brechen. Ah, nein, 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 nein. Verkleiden. Ach, natürlich, man kann sich auch verkleiden. Frische Verkleidung. Genick brechen. Ziehen. Ja. Ich habe schon so vieles wieder vergessen, Leute. Da ist aber einer. Leg den ab. Oh. Alter, der rennt auch nicht so gut. Suche. Suche war nochmal... Ich werde schon hektisch, ey. Suche war nochmal, die wissen, dass ich verkleidet bin? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Und mit Instinkt konnte ich an denen vorbei. Zumindest war das in Absolution-Zoom. Da konnte ich immer den Instinkt nutzen, werde ich jetzt gleich sehen. Ich gehe einfach mal hier rein. Achso, nee, aufbrechen gerade nicht. Okay, der ist auf jeden Fall nicht aufmerksam. Das ist schon mal gut. Ja, wenigstens sind wir ein Stückchen weitergekommen. Und ich sehe gerade, es geht noch weiter nach oben. Und die kauern da immer noch, ne? Na ja, die haben da gerade die Leiche gefunden. Komme ich so hier rein? Ja, komme ich. Hi. Geht das hier nicht mit Instinkt nutzen? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Habe ich denn unendlich Instinkt? Scheint so, ne? Jetzt sind die da sogar schon zu dritt. Ach klar, die haben sich da drin verschanzt, ne? Noch mal. So, stopp mal. Wo kam ich denn jetzt hin? In die Garage kam ich doch. Ich lasse den hier einfach mal da liegen und hoffe das Beste. Hey, 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 ich habe Instinkt. Alles cool, alles cool. Vielleicht war ich ein bisschen lahm. Hier kam ich doch rein. Kommt der mir hinterher? Der kommt hinterher. Oh nein. Oh nein, ich war zu lahm. Ja, Kapitulation vortäuschen. Ja, mache ich, mache ich. Jetzt box ihn. K.O. schlagen, aber nicht töten. Genick brechen, nehmen. Ne, komm. Hä? War hier nicht die Tür? Jetzt sind die wieder weg, ich glaube es nicht. Leute, Leute. Kommt hier zufällig einer hin, dann würde ich den nämlich mal eben ziehen. Ah, hier konnte ich in Deckung gehen. Ich wollte den aber jetzt erstmal ziehen. Oh, oh, oh. So, ich weiß aber gerade immer noch nicht, ob meine Verkleidung jetzt verdächtig ist. Wie kam ich denn? Hä? Da kommt gleich einer rein. Ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Wie soll ich das jetzt noch machen? Außer? Überall krass draufballern. Ne, da will ich gar nicht erst durch. Da bleibt mir doch jetzt keine Option. Ich meine, die Tür ist von innen verriegelt. Von der Garage komme ich nicht hin. Nein, nicht in eine Hocke gehen. Ey, ich habe... Warum ist das hier nicht so? Das war doch sonst immer... So, gibt es noch irgendeine Möglichkeit? Hier gehe ich doch nur ums Haus rum. Das ist doch totaler Käse. Ich überlege, es ist schon wieder neu zu starten. Weil ich laufe hier rum und komme da nicht rein. Ich glaube... Ne, in Büste. Wofür? Wofür? Mir bleibt keine andere Option. Also vielleicht würden die rauskommen, wenn ich hier alles abballere. Ich gehe jetzt noch einmal unten zur Garage. In der Hoffnung, dass sich jetzt die Tür geöffnet hat oder so. Vielleicht... Weiß ich ja nicht. Geht die ab und zu mal auf, so zwischendurch. Und ansonsten starte ich das neu. Und dann weiß ich ja in etwa, was hier Sache ist. Und dann denke ich auch hoffentlich daran, dass ich mich ja verkleiden kann. Ich nutze Instinkt, ihr Idioten. Tür ist nicht auf. Wisst ihr was? Also, wie geht denn das hier? Ich lasse mich doch hier nicht veräppeln. Äh, laden. Ja, und wo kann ich jetzt laden? Ähm, 1549. Da habe ich noch die Klamotten an. Ich mache es einfach mal. So, jetzt bin ich hier und die gute Frau ist immer noch da. Okay. Dann wäre das ja ganz cool, wenn ich den Typen vielleicht erst mal ausschalte. Ich muss ihn ja nicht töten. Und mir seine Verkleidung schnappe. Ich hoffe jetzt gerade, dass die hier hinten das nicht sehen. Ging das hier nicht? Kann ich... Ach, überwältigen. Doch, okay. Ich wollte schon sagen. So. Genick brechen wollen wir nicht. Wir wollen uns verkleiden. So, ich hoffe einfach mal, dass hier keiner reinkommt. Dann würde ich dich gerne ziehen und erst mal da vorne in den Schrank packen. Vermeiden Sie Menschen, die mit einem weißen Kreismarkett sind. Ja, ja, okay. So. Dann kommst du in den Schrank, mein Freund. Sind wir schon mal ein bisschen weiter? Habe ich das nicht vorhin auch gesagt? Aber gut. So. Verkleidet sind wir. Rattengift haben wir auch. Das Problem ist, hier sind ein paar viele Leute. Und ich weiß nicht, wie die reagieren. So, sie ist ja noch am Quatschen. Der andere Typ... Oh, ich bin verdächtig. Okay, ich bin verdächtig. Der andere Typ ist hier vorne an der Theke. Und der müsste sich ja eigentlich gleich wegbewegen und woanders hinstellen. Und das könnte... Dann stellt er sich aber erst mal dahin. Wir müssen warten. Wir müssen warten, bis er ein oder zwei Stellen weitergeht. Und dann könnte ich es vergiften. Na komm, bewegt dich, Kumpel. Bewegt dich. Aber was nimmt sie? Was nimmt sie? Was nimmt sie? Grüne... Ich vergifte jetzt den Honig. Die nimmt bestimmt mit Honig. Höh! Ernsthaft. Ich muss irgendwie rauskriegen, wie sie ihren blöden Tee trinkt. Der Typ kommt. Ja, mach mal eben. Dann haben wir die nämlich wenigstens schon mal geöffnet. Aber ich könnte doch auch... Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich hab grad überlegt, ob ich schon mal diese andere Tür aufmachen soll. Was trinkt sie? Was hat sie getrunken? Er hat den Zucker genommen, oder? Okay. Können wir noch mehr vergiften? Okay. Ja, gut. Zucker, Honig. Und sie geht nach oben. Alles klar, dann werden wir das auch mal machen. Wird gespeichert, ist schon mal schön. Und sie geht jetzt wahrscheinlich gleich in ihren Raum, ne? Wo läufst du hin? Gehst du noch in? Du dich mal. Er geht hinterher. Pass mal auf, wir nehmen mal kurz die Klavierseite. Ach, shit, da ist ja... Aber ich kann ja laufen. Mit Instinkt kann ich an denen vorbeilaufen. Eigentlich. Wir gehen schlafen. Aber sie steht da weiterhin, ne? Ich kann jetzt auch von hier leider nicht sehen, was da sonst noch so ist, da hinten. Okay. Ich hab... Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Ich kann doch immer mit Instinkt an denen vorbei. Ja, jetzt mal ernsthaft. Sehen die das? Ah, ja. Ich kann doch immer. Seit wann geht das nicht mehr? Frag ich mich gerade. Oh, ist das nervig. Jetzt verschanzen die sich wieder im Raum und die Tür ist nicht auf. Ich krieg das Kotzen. Hier vorne ist einer. Also, wisst ihr, was ich jetzt mache, Leute? Also, ich brauch hier über eine halbe Stunde für blöde Tutorial-Level. Die ist jetzt gleich dran, die Alte. Ob mit der Klavierseite, mit der Pistole, ist mir egal. Also, scheiß auf Vergiften. Dazu haben wir hoffentlich noch oft genug die Chance. Aber ich weiß halt auch nicht, es wird hier auch gar nicht angezeigt, ob die Verkleidung verdächtig ist. Jagd. Also, Jagd heißt ja eigentlich, klar, die jagen mich. Und... Och, die sind da wieder im Raum. Nee, Leute. Nee. Ach, ach, Mann. Also, jetzt ist wirklich Schluss. Es hat doch gerade gespeichert. Na, hier. Nee, also, jetzt ist wirklich Sense hier. Da werde ich dann ungeduldig. Vor allem, weil es jetzt, wie gesagt, die erste Folge ist. Und, ne, da habe ich jetzt keinen Bock, noch eine halbe Stunde daran rumzumachen. Ich weiß aber auch nicht, wie ich es machen soll, wenn die da jetzt schlafen gehen. Alter! Das ging immer mit Instinkt. Was soll das denn? Ich mache jetzt erst mal hier unten die Tür auf. So, kann die nicht irgendwie für immer aufbleiben? Kann ich ja nichts zwischenstellen oder so? Kann ich? Autobatterie, wofür ist die eigentlich? Kann ich die... Aber die war doch vorhin auf, als ich hierhin kam. Kann ich die ins Auto packen? Also, die kann ich auch nicht öffnen. Kann ich doch öffnen. Ach, sieh an! Chloroform-Flasche. Ja, mach wieder zu. Ach, ich glaube, da muss ich weggehen, ne? So, die Tür ist aber dann wirklich zu. Okay. Abgelaufen, eine Dose Spaghetti. Konsumiertes Gift, ja, ich kann jetzt natürlich sowohl den Zucker als auch den Honig vergiften. Die steht da immer noch. Ich dachte, die wollten pennen gehen. So, mach mal auf hier. Duck dich mal. So, wir haben Zucker, den wir vergiften können. Ja, bitte. Das sieht doch schon mal gut aus. Und Rattengift hatten wir jetzt vorhin schon, oder? Das war im Honig. Also, ist jetzt beides vergiftet. Okay. So, dann gehe ich nochmal hoch. Der hat doch vorhin gesagt, wir gehen jetzt schlafen. Sie läuft. Sie läuft da hinten ins Schlafzimmer. Ach. Lasst uns mal hier bei dem Balkon gehen. Durchkletzern. Stopp mal eben. Wir haben jetzt die Autobatterie. Jetzt muss ich die Klavier setzen. Ich hoffe, er duscht noch ein bisschen. Duscht noch, mein Freund. Duscht noch, duscht noch. Verschwinden sie jetzt. Alles klar, alles klar, alles klar. Raus hier, raus. Alter, leg sie hin. Nee, leg sie hin. Lass sie bitte. Nein, nicht ziehen. Das war nicht spektakulär, aber trotzdem. Ich hab's, ey. Wo ist der Ausgang? Wo ist denn der Ausgang? Oder soll ich durch die Mitte gehen? Wie viele sind denn da unten? Keiner mehr. Huh. Ja, wie gesagt. Und spektakulärer, als er wat. Da hinten ist er okay. Aber, naja. Es werden noch coolere Sachen kommen. Was wäre denn hier gewesen? Betreten. Nochmal ein Versteck. Okay. So, jetzt muss ich an wie vielen Leuten da vorbei? An einigen. Aber die dürfen mich doch gar nicht erkennen. Also, ich mein, ich hab doch hier meine coole Verkleidung. Und wenn nicht, kann ich mich bestimmt hier im hohen Gras verstecken. Vegetation. Das Ducken. Ja. Das hab ich mir doch gedacht. So. Rennen wir einfach mal. Dann ducken wir uns ein bisschen. Ach, wie schön. So, da hinten ist noch einer. Der ist mir gerade egal. Da stehen noch zwei oder drei. Und ich muss... Oh, oh, oh. Ich muss zu meinem Bötchen. Bleibst du da? Okay. Bleibst du da nicht stehen? Ich werde übrigens versuchen, nicht glaub, so hab ich das beim vorherigen Hitman-Teil Oha auch gemacht, dass ich immer eine Mission in eine Folge packe. Ob das immer so klappt, hängt natürlich davon ab, wie viel ich ausschalte, wie schnell ich bin und pipapom. Aber ich nehm es mir einfach mal. Oh. Ja, da müssen leider ein paar mehr Leute dran glauben. Wenn der sich hier mal umdrehen würde, der da vorne, genau. Dann schnapp ich mir nämlich den. Ich bin mir nicht sicher, ob die anderen das sehen. Ach, doof. Ich hab auch keine schallgedämpfte Pistole, oder? Doch, hab ich. Ja, nee, jetzt hier schießen ist nicht so geil. Ah, Treibholzstamm, was soll ich denn? Ah, ablenken, ne? Ablenken, kann man auch. Oh, wirf den mal. Na, vielleicht da so hin? Geh hin. Ja, geh halt gucken, Kumpel, sonst werfe ich noch ne Münze. Ah, der Kumpel. Ja, lauf, 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 lauf. Geh doch hin! Oh, geh! Nein, Kumpel. Kumpel, du stehst sowas von... Wies. Ich sag ja, ich kann auch sehr ungeduldig werden. Ablenkung mit dem Apfel? Und die sollte ziemlich laut sein. Laut, 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 laut. Abgelaufene Dose Spaghetti. Ist eine abgelaufene Dose Spaghetti laut? Ich glaub nicht. Aber ganz ehrlich, kann man's mit dem Auswählen nicht anders machen? Ähm, auch wenn die mir jetzt sagt, die sollte laut sein, ich krieg das auch so irgendwie hin. Auch ohne laut. Von mir aus kann der auch liegen bleiben. Nicht zieh... Ich hab wohl den... Ach ja, ich hab ja Klavierseite genommen. Oh, Mist. Also, die sind zu dritt. Okay. Oh, ich muss da hinten hin? Ist das euer Ernst? Okay. Gut. Dann machen wir das. Wie viele sind denn hier? Was kann ich da denn machen am Auto? Okay, die gucken alle nach da. Der da vorne sieht mich nicht. Kann ich nicht einfach mit dem Auto wegfahren? Oder ist das sogar gemeint? Was soll ich denn da machen? Ich komm da ja nicht dran. Soll ich da drauf schießen? Das wär immer klug, ne? Es verschießt sich Benzin oder so drin. Ja, okay. Dann... Dann stell ich mich aber doch lieber hier oben hin. Boah, manchmal bin ich übervorsichtig und manchmal renne ich wie eine Wilde irgendwo rein. Also, ich hoffe, dass das jetzt hier gemeint ist damit. Na, komm. Sehr cool. So, die drei kommen. Da steht nur noch einer. Oh, beeilt euch. Der rennt auch. Sehr schön. Huh, Leute. Rennen die nicht weiter? Nicht euer Ernst. Ja gut, jetzt haben sie sich wenigstens ein bisschen hier anders positioniert. Äh, nee. Klavierseite, wisst ihr was? Ich nehm mal gar nichts. Ich nehm Apfel. Ah doch, sie rennen weiter. Ja, ja, schön weiter. Immer weiter. Lauft. Alles gut, immer weiter. Oder nehm ich doch ne Münze? Ja, lauft halt. Ich muss hier irgendwie durch. Meine Güte. Drei Münzen noch. Und? Hat man es gehört im Sand? Also, er läuft schon mal. Das ist gut. Okay, er läuft jetzt hier vorbei. Das ist gut. Ich könnte also mit dem Durchrennen. Lauft weiter, Jungs. Wirklich. Ey. Das kann doch nicht sein, ey. Das kann doch nicht sein. Warum rennst du so langsam? Ich kann jetzt 100 Brot das Ganze hier nicht verlassen. Ist doch immer so. Mann, ey. Wie kann das doch auch sein, dass der ausgerechnet da reingeht? Geh. Es geht. Es geht. So, die... Bitte was? Die Drahtzerien 8. Das sind die Herausforderungen, die ich geschafft habe. Ja gut. Das sind nicht ganz so viele. Leute. Ich würde sagen, das war es für diese Folge. Vielleicht kommt auch noch eine kurze Zwischensequenz oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verabschiede ich mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh. Oh. Was ist das denn? Ortsmeisterschaft? Kamera zerstört. Tür aufgeschlossen. Missionszeit 25 Minuten. Ich spiele auch jetzt schon seit Ewigkeiten. Aber gut. Ja. Nächtlicher Besuch. Bestliste Freunde. Also vier von vier. Ach so. Alle meine Freunde waren also besser. Okay. Aber ist ja auch kein Wunder. Was ist das? Äh. Versteckter Vorrat Müllcontainer. Die ICA kann ein kleines Objekt in einem Müllcontainer... Ach so. Okay. Da verstecken. Äh. Sprengsatz. Irgendwas. Okay. 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 What? Oh. Okay. Okay. Das war's für heute. Sie sind praktische Leute, 47. Ein Schuss zu schrauben ist schwer zu schrauben. Außerdem, die Shadow-Clients'-Ware auf Providence ist eine globale Panik. Niemand muss die Militie verhindern. Vielleicht können wir uns. Und der Mann auf dem Auto? Sie haben sie nie gesagt, dass sie seine Anfragen haben. Bezüge ein Kontrakt für Personal Gain ist gegen ICA-Regulation. Sodas würde ich stolz sein. Ist das ein Gefühl von Humor, 47? Was ist die nächste? Lachen bei den Filmen? Warum machst du das? Ich weiß... was es ist, dass alles von dir genommen wird. Er sagt, dass du über deine Vergangenheit. Deine Kindheit, deine Erinnerungen, alles, was Audemeyer hat von dir. Und du glaubst ihn? So weit wie ich ihn kann. Aber das ist unser bester Weg in 20 Jahre. Ich sage, es ist Zeit, dass wir ein paar Regeln verbrechen haben.